Ich muss mich anders hinlegen, meine Schulter fühlt sich komisch an. Was könnten Schmerzen sein? Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Da spürt man keine Schmerzen. Fast. Tut es doch weh? Schmerzen sind nicht gut. Nein, Schmerzen sind nicht gut. Wenn ich die Präsidentin der Welt wäre, ich würde Schmerzen verbieten. Keine Schmerzen noch, die sähe ich nie wieder. Schmerzen tun weh, dann muss man weinen. Ich muss auch gleich weinen, wenn ich so liegen glaube. Aber ihm ist es egal. Er ruht mich auf mich. Es könnten Schmerzen sein. Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Scheiße. Da spürt man keine Schmerzen. Kustel Meth Alarm. Was könnten Schmerzen sein? Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Scheiße. Da spürt man keine Schmerzen. Da spürt man keine Schmerzen. Das 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 spürt man keine Schmerzen. Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Ich weiß es nicht, denn ich bin auch Kustel. Untertitelung des ZDF, 2020